hallo und moin aus dem Norden hier ist mal wieder Klagor von Klagor RPG wenn ihr das Video seht dann hat es geklappt das wäre dann Versuch Nummer drei gewesen hoffen wir mal dass es auch funktioniert wie dem auch sei genau deswegen weil die letzten beiden Videos jeweils eine halbe Stunde lang waren und ich sie beide weggekickt habe weil sie das erste mir nicht gefallen hat und das zweite Fehler hatte würde ich euch bitten lasst mir ein Abo da macht Likes an die Videos und kommentiert fleißig so worum geht es es geht um das Thema die Splittermond Importfunktionen da wird ja der geneigte Zuschauer wissen das haben wir schon mal gehabt deswegen machen wir auch nicht alles hier halt falsch dass da oben da da oben ist das verlinkt das andere Video wo ihr euch die Importfunktionen anschauen könnt da geht es um Waffenmeisterschaften und diese Dinge da erkläre ich auch die Unterschiede zwischen Meisterschaften und Gegnermerkmalen dann gibt es ein zweites Video das beschäftigt sich mit Monstern und Nichtspielerfiguren da hat sich einiges getan und verbessert das werden wir uns dann gleich mal zusammen ansehen und dann werde ich noch drüber und dann weise ich noch darauf hin dass wie ihr das das ganze ein bisschen ordentlich aufbaut das ist ganze mit denen dass man sich halt nicht unnötig Arbeit macht dazu wichtig hinterher bitte noch das Video schauen wie ihr zwischen einzelnen Welten so heißen die ja bei Foundry dann Companions hin und her tauscht auch dafür gilt oben in der Ecke nicht so einfach wenn man das noch nicht so oft gemacht hat da oben in der Ecke findet ihr dann einen Link wo ich das schon mal erklärt habe gut aber wie ich immer so schön sage nicht so lange labern sondern einfach mal anfangen so hier sehen wir wieder unseren bekannten virtuellen Spieltisch wir sehen schon alle möglichen Dinge wir sehen auch schon ein paar Monster die da drin sind und wir haben auch schon ein bisschen vorgearbeitet hier bei Items reinguckt dann gibt es hier welche die ich noch mal löschen muss und ganz viele die hier schon vorhanden sind so jetzt hat der Mann ja gesagt da hat sich was geändert genau und damit schauen wir uns jetzt einfach mal an was sich geändert hat so gehen mal dahin sehen hier ein Splittermond Grund Regelwerk gehen mal auf die Seite mit den Monstern wir werden jetzt erst mal einen machen um es noch mal in Erinnerung zu rufen wie es aussieht wenn alles gut verläuft dann werden wir hier ein machen was der zeigt was sich geändert hat was ich übrigens ziemlich cool finde muss ich ehrlich sagen so wir fangen mal an wir haben hier ein Baumwandler wir markieren den gesamten Text sagen strgc schalten wieder zurück auf unser Foundry dann drücken wir fdrgv so dann sehen wir hier den Baumwandler das ist eigentlich schon das erste was sich geändert hat denn wenn ich mich recht entsinne ging das vorher nicht auf sondern es wurde einfach nur gemeldet hat alles geklappt so dann sehen wir hier was funktioniert hat und was nicht funktioniert hat im wesentlichen hat es funktioniert es gibt so ein paar Dinge die sind nicht erklärt zum Beispiel das umklammern das müsste man noch mal als Meisterschaft für Handgemenge einfügen das habe ich bisher nicht gemacht wir sehen auch dass die Zauber im wesentlichen geklappt haben außer spurlos in der Wildnis da werden wir uns aber auch gleich mal drum kümmern ich muss nur mal erst mal raussuchen wo ich den finde das heißt ich stelle euch mal kurz auf Pause das werdet ihr hinterher gar nicht merken so da geht es schon weiter ich mag immer schneiden nicht deswegen machen wir das so so ich habe den Zauber spurlos in der Wildnis gefunden er befindet sich im Grundregelwerk war von mir offensichtlich nicht eingepflegt worden wahrscheinlich aufgrund des Absatzes also gehen wir jetzt wieder auf unseren virtuellen Spieltisch so drücken dann einmal die Taste strg und v sagen das soll bei Zauber eingefügt werden und drücken ok so und jetzt sehen wir schon wir haben den Zauber spurlos in der Wildnis den kann ich jetzt hier einfach relativ gut suchen ah ich verstehe warum das nicht funktioniert hat so das ist natürlich Natur Magie und da sehen wir auch schon ein bisschen das Problem hat nicht funktioniert weil die Schreibweise aus irgendwelchen Gründen wahrscheinlich aufgrund des Absatzes leicht abweicht gut ist aber relativ einfach zu beheben ihr seht an dem Symbol dass es geklappt hat außerdem wenn man drüber havert hat man jetzt eine Erklärung so dann kann man noch das Bild hinzufügen das kennt ja wahrscheinlich auch jeder man geht halt in den Bereich ich habe das auch schon vorbereitet von daher gesehen zack könnte man sich jetzt noch entscheiden einen weißen Hintergrund zu machen aber erstmal nicht das Thema wir sehen wir haben einen Baumwandler ich habe ihn hier ich kann ihn rauf ziehen ich kann ihn bewegen ich könnte ihn auch größer machen also das funktioniert alles schon mal sehr gut so aber ich habe euch ja versprochen wir gucken uns ein bisschen an was jetzt neu ist dazu brauchen wir etwas mit Fehler so das heißt ich brauche etwas was sich nicht so unproblematisch bis auf eine kleine Korrektur hinzufügen lässt dazu schalten wir mal wieder hier hin und nehmen mal den Orkspeer so jetzt haben wir den auch erstmal kopiert STRG und V schalten dann wieder auf den virtuellen Spieltisch und machen STRG und V und dann sehen wir hier Fehler im Bereich Fertigkeit und das ist neu und ziemlich cool also das ist der zweite neue Punkt der erste neue Punkt ist der dass ich egal ob ich einen Fehler habe oder nicht immer das ganze angezeigt bekomme und nicht wie bisher es geht einfach nicht das macht die Sache nämlich deutlich einfacher und jetzt gehen wir bei und schauen mal wenn wir jetzt mal vergleichen sehen wir Akrobatik 11 Athletik 12 passt Entschlossenheit 8 passt Heimlichkeit ist falsch das muss auf 16 zack dann haben wir weil der Rest natürlich jetzt automatisch auch nicht passt Jagdkunst auf 12 Wahrnehmung auf 18 und Zähigkeit auf 8 so da müssen wir mal gucken Zauber Sicht verbessern und beschleunigen die sind beide da das hat schon mal hervorragend funktioniert und dann gucken wir nochmal bei den Meisterschaften Schusswaffen Athletik flinker Verfolger Hinterhalt das passt Scharfschütze genau und da ist der zweite Fehler der Schnellschütze ist nämlich nicht korrekt enthalten denn das hat einfach was damit zu tun dass aus irgendwelchen Gründen nämlich der Schnellschütze mit dem Stern hier geschrieben wurde ich weiß nicht ob es noch ein Errater ist oder Absicht aber den haben wir einmal drin und damit habe ich den Schnellschützen einmal so jetzt kann man auch wieder beigehen kann sagen wir machen noch ein Bild rein so und dann haben wir den Org Speer auch fertig so zack zack alles da alles richtig alles mit Erklärung wunderbar so kommen wir nochmal zu einer weiteren Möglichkeit eines Fehlers beziehungsweise ich fasse nochmal kurz zusammen wenn der Fehler kommt ich hatte bisher immer nur den mit den Fertigkeiten passt irgendwas nicht dann geht die Fertigkeiten durch guckt an welcher Stelle es hakt und dann müsst ihr all diese Fertigkeit und alle anderen korrigieren und dann geht kurz über die Meisterschaften guckt ob da eine Unerklärung steht sofern ihr die Meisterschaften alle schon eingebaut habt und dann ist gut so dann machen wir jetzt kurz bevor wir ein letztes Monster einen letzten Gegner einfügen noch einmal einen wichtigen Hinweis ich würde euch empfehlen wenn ihr anfangt so ich würde euch empfehlen macht euch eine separate Welt auf mit der ihr arbeitet kopiert dort alle Gegner Merkmale rein die ihr haben wollt also aus den Regelwerken die ihr benutzt gleiches gilt für alle Meisterschaften wobei ich dringend dazu anraten würde außer man ist sehr fleistig das nicht für alle Waffen zu machen das ist einfacher das nachzufliegen denn es gibt ja die allgemeinen Meisterschaften und die allgemeinen Meisterschaften kann ich mit jeder Waffe verwenden und das ist eine ganze Menge Arbeit von daher gesehen wäre mein Tipp das würde ich eher lassen und das würde ich dann wirklich bei Bedarf machen aber ich will da niemand von abhalten dann legt euch Stärken an legt euch einen Ordner für Waffen und Rüstung an für Zauber und für Zustände beziehungsweise den für Zustände den braucht ihr euch gar nicht anlegen denn der kommt tatsächlich schon mit das heißt den müsst ihr nur einmal aus dem Companion importieren so und dann wenn ihr fertig seid nach keine Ahnung ein, zwei, drei Tagen Wochen wie immer ihr macht danach packt ihr die Companions in die anderen Splittermond Welten und dann habt ihr euch einmal die Arbeit gemacht und ja müsst im Prinzip wenn euch was auffällt einmal kurz nachpflegen und dann könnt ihr damit arbeiten bisher war es auch immer so also Version 8 und Version 9 und auch Version 10 konnte ich einfach übernehmen also gehen wir mal davon aus dass die Daten weiterhin kompatibel sind ist zumindestens meine Erfahrung bisher so das war das das war das mit der Struktur genau wichtig Ordnung ist das halbe Leben es ist leider so man macht sich einige Sachen einfacher wenn man vorher über die Ordnung nachdenkt so und jetzt machen wir noch ein Viech wo ich weiß dass auch noch eine Fehlermeldung kommt dazu schalten wir wieder mal in das Adobe so nebenbei es spricht übrigens überhaupt nichts dagegen wenn ihr eure Spieler einfach mal online sagt hier in der Welt da kannst du eh keine Geheimnisse sehen geh da mal rein und dann mach doch mal mit gerade das Grundregelwerk ist ja frei verfügbar das heißt da kann ich jeden Spieler auch entsprechend mit einbringen so wie ihr seht hier ist was komisch formatiert deswegen kriegt man hier den Text nicht so richtig wie man ihn haben will da hat man jetzt meine Möglichkeit wäre jetzt tatsächlich erstmal nur diesen Text zu nehmen den dann rüber zu packen das war natürlich jetzt ich muss natürlich dahin klicken und dann dahin so und dann gehe ich einfach bei denn ich sehe ja hier unter Biografie fehlt mir der Text und markiere den anderen Teil schalten wieder einmal kurz zurück dass ihr seht was ich meine so und dann schalten wir wieder dahin und dann gehen wir dahin wo er hin soll äh herauf zu beschwören so wo fehlt denn das genau la 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 da sehen wir natürlich erstmal so wir mussten das Ganze nochmal neu machen denn ich habe gerade gesehen dass das leider noch nicht so war wie ich das haben wollte ich habe jetzt den gesamten Text markiert und jetzt gehen wir hier einfach rein nachdem wir das vorher editierbar gemacht haben drücken strgv und fügen das ein da sehen wir schon da ist leider wirklich die die Reichweite echt die Reichweite die Reihenfolge nicht gut das heißt ich kann jetzt hier wieder mit strgx das Ganze rauswerfen kann das hier jetzt wieder mit strgv reinfügen und hole mir dann den letzten ist tatsächlich etwas nervig bei dieser Krabbe hole mir jetzt den letzten Satz der mir noch fehlt so so und dann ist gut so jetzt kann ich natürlich bei gehen und sagen jo ist mir egal ist nicht so wild lasse ich jetzt so andere Methode ist ich gehe bei und lösche die unsichtbaren Tabulatoren die das Ganze hier trennen also die Zeilenumbrüche um genau zu sein einmal raus und mache das dann auch die Frage ist halt immer brauche ich diese Erklärung oder sage ich ich gucke da eh nicht rein das kann ich einmal als Text vorlesen und dann ist gut das muss jeder für sich selbst entscheiden eine dritte Möglichkeit noch ist das Programm Notepad Plus Plus den Programmierern unter euch wird es wahrscheinlich was sagen weil es ein sehr gutes Programm ist um Text und Code und ähnliches einzufügen da kann ich nämlich einfach sagen ich markiere einen Text drücke die Kastenkombination STRG und J und dann habe ich das Ganze in einem Schlag sämtliche Zeilenumbrüche rauf so wir machen die jetzt einmal ordentlich ich habe jetzt von der kein Bild vorbereitet das wisst ihr ja sicherlich selber wie das geht und so eine Krabbenjagd wäre wahrscheinlich mal interessant Frage ist ob man darum ein Abenteuer konzipiert so also dann schauen wir jetzt mal das sieht alles gut aus wir haben das hier alles dann gucken wir mal hier rein da haben wir auch keine Fehlermeldung das sieht auch also sprich außer dass ich hier abdrängen und umklammern nochmal einfügen müsste sollte man vielleicht sogar überlegen weil ja viele Gegner Handgemenge haben ob man das nicht von vornherein macht und der Rest ist alles gut ich habe Biss ich habe die ganzen Waffenmerkmale sieht alles hervorragend aus ich habe sogar die beiden Zauber die die Krabbe kann ja und damit haben wir die Krabbe eingefügt so jetzt machen wir noch last not least ich glaube nämlich das war noch ein Fehler der auch vorkommen kann das heißt wir schalten jetzt nochmal wieder in das Adobe und ich meine der war fehlerbehaftet gucken wir mal so geht schon wieder hier geht schon wieder los dass ich da schon wieder unterschiedliche Absätze habe so äh so geht es nicht so dann warte mal ja doch das scheint mir am sinnigsten machen das ach guck mal jetzt hat er alles markiert so das heißt ich habe wieder strgc gedrückt man kennt das ja schon jetzt drücken wir wieder strgv nachdem wir natürlich dann auf den Browser zurückgewechselt haben so genau das ist noch ein weiterer Fehler der vorkommen kann das ist aber wirklich immer alles nur in dem Fluff das heißt ich habe da jetzt was eingefügt was gar nicht der Bezeichnung des Monsters entspricht das ändern wir jetzt so ansonsten sieht der Rest sieht gut aus da sind Werte da sind genau da sind Zauber die nicht hinterlegt sind die muss ich also nochmal dazu packen beziehungsweise Meisterschaften die Zauber sind alle da ja und damit ist der quasi fast fertig wie gesagt ich habe ein Video gemacht das weist darauf hin wie ich wie man die Zauber einfügt ich mache den Link sicher das habe ich oben nochmal in die Ecke wenn ihr das Video geguckt habt und damit bin ich jetzt eigentlich tatsächlich durch das heißt ich würde sagen Nummer 3 war ein Erfolg ja hier haben wir auch nichts falsch eingeblendet was ja auch immer noch so ein kleines Risiko ist somit ja hoffe ich das ganze hilft euch spielt mehr Spittermond spielt mehr Rollenspiele kommentiert abonniert und fragt bitte und in dem Sinne bis bald tschüss